Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Heute ist der GX-Webd mal wieder mit dabei. Yo Leute! Ja und der will jetzt heute sein Haus bauen, habe ich gehört. Oder so? Ja. Gut. Ich würde es versuchen. Ja, naja. Ja. Bei mir ruckelt es gerade ein bisschen. Warum auch... Ich mache mal meine Musik aus. Könnte ich mir auch ein wenig Internet ziehen. Ja, das könnte sein. Jetzt haben wir auch mal ein bisschen mehr Zeit, weil... Und ich bin auch nicht so müde, weil ich bis halbe Stunde geschlafen habe und ja, es ist 18 Uhr. Ja, Alter, ähm... Weil, wann bist du denn gestern ins Bett? Ich bin die letzte Nacht um 3 Uhr aufgestanden. Ich konnte nicht mehr pennen. Dann war ich bis 12 Uhr dann noch wach halt. Dann bin ich da wieder pennen gegangen, weil ich saumüde war auf einmal. Dann habe ich bis 17.30 Uhr durchgepennen. Ah, nicht schlecht. Nicht zu empfehlen. Hm, nee. Sollte man nicht täglich machen. Nee, nee. Das ist gar nicht so einfach, wenn man seinen Schlafrhythmus versaut hat. Einfach nur die Kraft in mir mal vermischen. Warte, ich... Ich... Stehe die Trühe noch? Ja, super. Ja. Ich kann mein Zeugs alles reintun. Oh, ich habe noch zwei Diamanten im Moment. Uh. Krass. So. Und zwei Enderperlen. Warum? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen wollte. Entweder baue ich einen Stall oder ich gehe ein bisschen Holz fahren. Ich muss jetzt erstmal meinen Taschen auslaufen. Ich habe noch mal viel Zeugs drin. Dann kann ich schon mal was mit anfangen, so. Dann kann ich den Runden triss schon mal. Ja. Ich meine, ich muss ja auch nichts Großes sagen. Ich habe jetzt auch hier in den drei, vier Folgen, wo du jetzt nicht da, was ich ja noch mal kurz ein Häuschen hingeklatscht. Du hast gerade ein bisschen bei mir geleckt. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es an dir liegt. Das weiß ich auch nicht. Aber ich verstehe dich. Okay, dann ist es okay. Das ist das, was zählt. Muhaha. So. Soll ich das dahin bauen, dass wir in den letzten Aufnahmen da freigemacht haben? Ja, kannst du gerne auf dem Platz bauen. So. Irgendwo. Fang einfach mal hier an, so. Du das. Der erste Block ist gesetzt. Ein Grundstamm. So. Das kann ich mich anfangen, so. Ich auch nicht. Hören wir mal frei Schnauze, irgendwas zum Klatschen. Das mache ich eigentlich immer so, ich fange an und irgendwann wird es dann irgendwie was. Das sind eins, zwei, drei, vier Blöcke. Das sind eins, zwei, drei, vier Blöcke. Ein Block. Und du hast übrigens deine 40 Abonnenten erreicht, ne? Ja, habe ich vorhin auch gesehen. Bin stolz auf dich. Ja, danke. Du musst nur überlegen, was ich da mache. Ob ich da was mache, weiß ich noch nicht genau. Was sowas Unnötiges, was ich mit meinen 1000 Aufrufe-Specials gemacht habe. Ja, sowas in der Art, ja. Hast du dir das schon mal angesehen? Ja. Das ist einfach nur echt, weiß nicht. Na, ich musste doch gucken, ob du auch gleich mein Intro vorgeklatscht hast, also. Das muss doch sein. Passte eigentlich ganz gut mit den Explosionen, also wie so ein Feuerwerk für die 1000 Aufrufe. Ah, ich habe da natürlich dran gedacht. Also, ich habe das natürlich geplant, also. Was denkst du denn? Ja, ja, ja. Sicherlich, ey. Ja, natürlich. Wenn du da nicht dran gedacht hättest, wäre ich echt enttäuscht gewesen. Ja, na, sowas muss man halt denken, wenn man, ja. Also. Es ist eben so. So, äh, Fug, was tue ich hier? Weiß ich nicht, ich kann dir gerade nicht zugucken. So. Jetzt brauche ich dich, Rohholz, ich trottel, habe es natürlich weggeschmissen. Na, ich brauche jetzt auch Rohholz, das gehe ich jetzt sammeln. Also mache ich da einfach einen Koppel hin, die ist schon auch ganz witzig aus. Ja, keine Ahnung. Ich werde das dann nachher kritisch begutachten und dann wieder abreißen. Okay. Ja. Ne, dann schnappen wir uns TNT, machen alles kaputt. Ne, lieber nicht. Ich habe noch keine Savedatei, der wohl. Das Schere habe ich auch nicht mit, man, man, man. Koppel hast du bestimmt noch, oder? Ja, muss man unten in Truhen gucken. Also, du kannst jetzt da in das neue Häuschen, was da ist, da musst du den rechten Knopf drücken, innen drin, im Haus. Oh, es regnet. Boah, du lagst gerade, aber nicht hardcore damit. Oh, warte mal. Das könnte daran liegen, dass ich nebenbei noch ein Video hochlade. Ich stoppe das mal kurz. Ne, du lagst gerade ziemlich hart. So, es müsste jetzt demnächst besser werden. Ja, wird schon jetzt besser. Gut. Und das ist eben, wenn ich noch ein Video verstanden habe. Na, na, wenn ich halt nur nebenbei noch ein Video hochlade, dann geht das meistens nicht. Tja, ja, mein Internet. Ich kenne das Problem. Ich brauche auch nicht auf den TS gehen, wenn ich gerade ein Video hochlade. So, ich brauche Koppel. Koppel, Koppel, Koppel. Also, es könnte sein, dass ich noch welchen habe. Aber du hast in den letzten Tagen ein paar Abonnenten gemacht, ne? Ja, ja. Das finde ich echt cool. Fand ich voll stylisch. Hm. Vielleicht schaffen wir das ja sogar, dass wir beide gleichzeitig an die 100 Abonnenten kommen und dann machen wir so ein Special zusammen. Das wäre geil. Aber es geht auch, wir können ja auch so ein Special zusammen machen, wenn jeder die einzeln für sich erreicht. Ja, ja, stimmt. Ähm, wo war nochmal Koppel und wo ist der Eingang? Verdammte Scheiße. Ja, du hast doch da das Häuschen da stehen, ne? Ja. Da, in das Häuschen musst du rein, da musst du den rechten Knopf im Häuschen drücken. Ich hab nämlich... Ah, wie umständlich. Na, ich hab das Häuschen schnell hingebaut, damit da keine Viecher dran kommen, dass die das kaputt machen können. Ah, okay. So, als kleine Schutzmaßnahme. Nähter Zeugs, kein Schild? Wenn du, wenn du runterkommst, musst du links gehen. Da stehen die Truhen mit Stein und Cobblestone und so alles. Oh, okay. Ah, gut. Zwar alles nur Slabs, aber... Ja, weiß ich nicht. Na, muss mal gucken. Ich glaube, ich hab jetzt aus Versehen vorhin bei den Steinen in die linke untere Truhe auch ein paar Kabel sonst gepackt. Egal, dann mach ich einfach... aus den Slabs mach ich den Ganzen. Das geht auch. Jo, da ist aber übelst einer mit seinem Motorrad hier lang gepäst, ey. Ninninninn. Hätte ich jetzt aber auch Bock drauf. Alter! Ich glaub, wir sollten schlafen gehen. Wieso, sind da Monster? Joa. Okay, warte, ich mach noch kurz den Baum hier, dann komm ich zurück gesprintet. Joa. Ich hab vorhin überlegt, ob ich auch aufnehmen sollte, aber Minecraft ist bei mir immer so eine Sache mit aufnehmen. Ruckelt bisschen. Na, du spielst ja mit Texturpack ja mit Zwecks, ne? Ja. Ja, genau. Okay, ich pop mich einfach zu dir, das ist einfacher. Du, Cheater! Ich bin Server-Inhaber, ich darf das. Hallo. Hallo. Okay, schnell ab ins Bett. Ja, schön kuscheln. Hm. Du hast so ein schönes Ehebett da hinten stehen. Ah, wieder falsche Richtung. Ja. Pennen. Wie du einfach mal neben dem Bett liegst bei mir. Ja, von Screenshot ich das erstmal hier. Hm, das musst du mal. Bam. Erstmal einen Schluck trinken. Tu das. Außerdem, falls du noch ein paar Cobblestone brauchst, die kannst du dann ja unter anderem hier aus dem Boden rausrumpen, wo dein Häuschen dann steht, ne? Ja, stimmt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Okay, ich habe jetzt doch irgendwie nicht so viel Lust, die Mauer so weiterzubauen. Ey, ich weiß jetzt nicht, ob ihr den Staubsauger hört, aber meine Mutter muss immer Staubsaugen, wenn ich gerade aufnehmen möchte. Das ist, ja, natürlich Standard. Das ist einfach schon aus Prinzip, ne? Ja, ich, das ist echt jedes Mal so. Und das hört man dann mal ganz leicht als Rauschen im Hintergrund. Das ist total ätzend. Das ist echt fies. Hört man das? Leicht? Nur ganz geringfügig. Also ich denke mal, das geht. Sollte gehen. Das ist echt kacka. Ja, wenn ich baue, dann bin ich irgendwie so ungesprächig. Naja, da muss man sich konzentrieren, ne? Hm. Oh, jetzt hat sie aufgehört zur Staubsaugen. Wenn sie jetzt ja gleich hier hochjettet mit ihrem Staubsauger, ey, dann flippe ich aus. Ja. Ich wollte eben dein Zimmer staubsaugen. Ich kann das ja auch nicht selbst, ne? Nein, du doch nicht. Wie käme denn, ob man denn auf den Gedanken, dass du selber auch staubsaugen kannst? Echt? Ich bin ein Gamer, also... Eben. Keine Real Life und so. Sauber machen und waschen, das ist ein Fremdwörter. Ja, natürlich. Du wünschst ja wahrscheinlich auch nicht mal einen Arsch, wenn du kacken gehst, weil du zu faul dafür bist. Nee, oder du bleibst gleich sitzen, mach. Ja, ich glaube, wenn wir gleich sitzen, ich habe meine Sachen auch schon hier, ähm, alles doppelt gekauft, damit ich das hier auch auf dem Klo aufbauen kann, falls ich mal da sitze und einfach mal keine Lust habe, wieder aufzustehen. Hm. Dann, ähm... Ja, muss es halt mal sein, einfach, ne? Ja, nee, so ist das, ne? Obwohl du kennst, du kennst auch bestimmt das Hauspark, ne? Ja, gut, wir kennen das nicht, ne? Ja, ja, klar. Äh, die, die, die WoW-Folge, wo Cartman denn seine Mom ruft, damit seine Schüssel kacken kann, ey, das ist so Hammer. Das ist echt einfach nur, Alter. Das ist einfach nur Cartman. Aber für die Leute, die das jetzt glauben, nein, das stimmt nicht, also... Es gibt ja immer solche, ähm, Experten, die das dann glauben, und dann, Alter, ist der ekelig. Boah, guck mal, ich habe hier noch ein paar Kampfs, sonst für dich. Nein? Yay. Hurray. Muss ich nicht mehr mit den, ähm... Slapsporn. Slapsporn, ja. So, mal gucken. So, ich packe hier einfach mal einen Hühnersteller. Du findest eigentlich meinen selbstgemachten Skin, jetzt sag nicht hässlich. Äh, unschön. Keine Ahnung. Ähm, muss ich mal ganz genau begutachten. Ja, mhm, mhm. Immerhin ist ein R drauf. Aber der grinst mich so böse an. Der grinst nicht, er guckt neutral. Mwahaha. Der grinst wird hässlich. Ach, was? Vor allem war es lustig, weil es hier die, die drei, vier Folgen, die ich jetzt unnüglich aufgenommen habe, ähm, da hatte ich ja den Server hier kurz nochmal neu gemietet, damit ich ihn nochmal runterziehen und was nicht alles muss. Mhm. Und auf einmal kam da so ein Typ auf meinen Server, ja, weil ich irgendwie der Nachmieter von irgendeinem Server... Ja. Ey, das ist... Ich war erstmal, ich war erstmal übel verwirrt. Und dann war der erst kurz wieder weg und dann kam der nachher wieder bei mir da ein bisschen abgeerntet. So ein scheiß Griefer. Auf jeden Fall, ähm, ich kenn das, weil man kann ja auch jetzt diese Funktion Public einstellen, ne? Mhm. Wenn du die einstellst, dann wirst du in dieser Serverliste da aufgelistet, die man so einsehen kann. Ach so, ah. Und das hatte ein Kumpel von mir, hatte das dann halt auf Public und auf einmal kamen voll viele Griefer und haben alles zerstört und sowas, ne? Ne. Also hä, wo haben die die IP her? Ja. Ne, ich war halt nur Nachmieter vom Server, das hatte ich auch schon mal, hatten wir halt mal so einen Server und der war irgendwann in Vergessenheit geraten, hat sie den halt noch eingespeichert. Also die IP an sich und dann, ja, huch, ne, hier wollte ich nicht hin. So, hier mach ich jetzt, mach ich jetzt kein... Kostet du denn nicht so einen Server, wie du den jetzt hier hast? Also ich hab jetzt, man kann ja einstellen, wie lange und wie viel RAM und Plätze und so, ne? Mhm. Ich hab einfach mal das Höchste an RAM genommen, weil es geht, also 6 GB RAM. Für 3 Tage kostet 2,75, das geht eigentlich. Also mit 4 Plätzen. Ja, ist ja voll okay. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt halt nur 1 GB RAM nehmen würde, würde ich auch nur 1 Euro bezahlen oder so, aber... Ja, für 2 Leute reicht 1 GB RAM. Ich bin mir da nie sicher, also, ne. Man weiß nie, was ich nur für Scheiße baue. Also, man braucht 1 GB RAM für 10 Leute. Ach so, na. Dann werde ich das dir nächstes Mal umstellen, dass ich nicht mehr so viele nehme und bezahle ich weniger. Ja, dann bezahlst du weniger, genau. Ich wollte, was wollte ich, was wollte ich? Ich wollte Erde. Wollte ich? Ich wollte Erde. Ich baue mir mal einen kleinen Crafting Table rein. So. Das bräuchte Treppen. Treppen. So, jetzt ein Hühnerstall. So, jetzt habe ich einfach mal viel zu viele Treppen gemacht. Okay, ich kann davon auch noch die Decke machen. Ja. Ich mache meinen Boden einfach mal aus Cobblestone, weil ich es kann. Weil du jetzt nicht rausreißen willst. Nein, also, ich mache den so anders mit Cobblestone. Nein, warte mal. Ich mache den ganz anders. Ich mache den mit. Ich mache den mit. Mit Zeug. Warte. Keine Ahnung. Das wollte ich jetzt nicht ein. Mit Holz? Ja, genau. So, der Hühnerstall, der muss ja nicht so groß werden. Die brauchen ja nicht so schön, die Hühner. Das war jetzt diskriminierend. Das ist nur mal keine freie Lufthaltung. Das ist mir egal. Geld wechseln nicht auf Bäumen. Ja. Obwohl es in Minecraft bestimmt Blätter gibt, die wie Geld aussehen. Und da könnte man bestimmt erstellen, da hat man einen Geldbaum. Und theoretisch, na ja. Woraus wird denn Geld gemacht? Aus Papier und wo kommt Papier her? Bäumen. Nein. Sagst du was? Brauchen Hühner Hühner? Hühner kriegen auch Sand als Boden. Hühner kriegen Kobbel als Boden. Schön hart. Ich habe noch so viel Kies. Ich gebe den Kies. Hier meine Hütte-Hüß-Tie ich noch nicht habe. Die haben im Stall Sand. Okay. Aber hier kann ich auch mal Kies nehmen. Boah, wie die Treppen einfach mal genau reichen. Nicht Babo. Das ist voll drauf, ja? Äußerst interessant. Boah, ich Slaps. Slabity Slap Slaps. Und diesen Crafting Table woanders hin. Der kommt dann einfach mal. Was habe ich hier gemacht, Alter? Bin ich jetzt eigentlich behindert geworden? Das will ich nicht beantworten. Ja, das habe ich mir fast gedacht. So, wie mache ich das denn? Du bist ja, wie habe ich das denn da gemacht? Da haben wir das so. Boah, ich war ein Zombie. Mhm, 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 mhm. Gut, dann werde ich das einfach mal so machen. Geistesblitz. Oh, ich muss mal wieder ein bisschen Kartoffeln essen. Das wäre ja positiv. HIV. Ja, genau. Wir sind uns nicht sicher, wir sind HIV-positiv, ey. Die Folge ist auch so bescheuert. Sicher. Ja, auch so eine South Park-Folge. Ähm, weil, weil Kartman kriegt irgendwie eine Blutinfusion mit HIV. Ja. Und, und, äh, Kai lacht ihn dann halt aus deshalb. Und dann steckt Kartman... Das ist einfach nur so krass, ey. Und dann steckt Kartman ihn deshalb damit an. Und dann reisen die durch die Welt, um sich heilen zu lassen, irgendwie. Wie das halt immer so ist bei denen. Ja, ich glaube, die Folge kenne ich sogar. Das ist einfach nur geil. Das ist einfach typisch South Park. Ja, das ist einfach nur... Aber wo die, wo die durch den jetzt, ähm, die durch den Arsch essen und durch den Mund kacken, das ist auch einfach nur krank. Es ist gesünder. Ja, echt. Schieben die sich da so ein ganzes Hähnchen im Arsch. Das ist einfach nur... Ich hab das früher voll gefeiert, jetzt guck ich das gar nicht mehr. Ich auch nicht, nein, ich hab irgendwann mal so ein paar Dinge auf der Festplatte gehabt, aber... Man kann ja auch mittlerweile online kostenlos gucken. Echt? Ja, es gibt ein offizielles Hauspark-Seite. Kommt halt ein bisschen Werbung zwischen, aber das ist nicht so das Problem. Das geht eigentlich, aber... Ja. Ich hab da irgendwie auch so ein bisschen das Interesse daran verloren. Könnte man sagen, also... Mal so gelegentlich guck ich das, wenn das irgendwie gerade... Abends irgendwo, spät in der Nacht beim Kuppel im Fernsehen kommt, weil er schon pennt und ich da gucke, dann geht das aber. Ja, genau. Das geht dann ja immer. Ja. Oh, reicht das, reicht das, reicht das, reicht das? Das kann ich dich nicht sagen. Das reicht. Boah, wie voll das krosse Haus, ey. Alter. Chabos, wissen wir, der Babu ist. Eben. Ich hab das Lied noch nie gehört. Echt nicht? Nee, also ich bin da sogar froh drüber. Ja, das... Da wär ich auch... Also an der Stelle wär ich stolz drauf, weil... Das Lied, das muss man echt nicht hören. Das ist echt so schlecht einfach nur. Hm. Ich hab's mir einmal angehört und dachte mir, also alter, ist der behindert. Hast du noch Wolle für ein Bett? Oder kann ich mir das auch nachfragen? Du schlappst jetzt von unten, aber ich würd's jetzt noch nicht nehmen, weil dein Haus noch offen ist. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, umsonst runtergerade. Na, wieso? Ist doch dunkel. Warte, ich brauch, äh... Ach ja. Ach ja, ach ja, oh, ich... Ich bin schon wieder ein bisschen durch hier. Ja. Jetzt liegst du im Bett, nicht mehr neben dem Bett. Ja! Du hast gestern wohl ein bisschen zu viel gesoffen, oder? Nee, du hast dich einfach zu breit gemacht im Bett. Wir haben einfach zu doll herumgetölt, weißt du doch, ne? Ach, geil. Geil. Ich seh deine Füße. Ich hab einen Fußfetisch entwickelt, gerade im Moment. Trinken ist einfach... Beste. Beste, wo gibt, ey. Ja. So. Ich will sowieso nach unten, ich brauch Zäune. Zäune. Und einen Tagesdienstende sollte ich mir auch noch mal basteln. Mein Haus wird voll klein und dezent. Ja, ja, ist ja nicht so schlimm. Ich hab jetzt da auch nur ein kleines irgendwo stehen. Du lebst ja sowieso in deinem Keller. Ja, noch bis... Ja, ich bin Gamer, ne? Ah, nee, also... Äh... Bis das oben fertig ist, muss ich hier zwangsweise bleiben. Das ist hier richtig Futter für RTL, was wir hier machen, ey. Ja, natürlich. Ich meine, ich hab ja hier nicht mal ein Bart in Minecraft. Hm, nein, erzählst du was? Hm, nachverdammt. Oh, ich hab noch eine Idee. Oh. Juhu. Ach, ich mag Minecraft. Das ist einfach nur chillig. Das ist einfach nur so billig gemacht.